Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Beim letzten Mal haben wir uns endlich mal wieder so ein bisschen der Hauptquest entgegengeschmissen. Auch wenn wir schon wieder viel zu viele Nebenquests haben. Aber wir machen jetzt noch die nächste Hauptquest hier, in der wir zu einer Grotte gehen sollen. Wo uns wahrscheinlich wieder eine neue Königswaffe erwartet. Was ich doch hoffe. Und ja, danach geht es wahrscheinlich wieder an so viele Nebenquests. Wir haben so viel und noch mehr. Das ist einfach nur unglaublich. So. Ich finde es extrem viele Menschen hier. Abartig, oder? Würde mir ja stinken, wenn ich Prinz wäre. Würde ich aber sofort ändern. Oh, schöne Schlucht. Okay. So, ähm. Es läuft ja gar keine Musik. So ist schon besser. Und dann steigt auch hier der Mail Rauch auf. Oder es sind dunkle Wolken. Ich weiß nicht genau wieso. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber immer mal wieder Augen offen halten. Man könnte ja hier irgendwo jemand bei einer Panne helfen oder so. So, und dann bin ich mal gespannt. Was wir noch so alles finden. Ich habe ja keine Ahnung. Also hier. Oh, warte, 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 warte. Da haben wir einen Schatz. An dem bin ich jetzt beinahe vorbeigefahren. Also los. Bewegung. Bitte warten. So. Äh. Karte. Da. Schatz. Ich will da hin. Ne. Wenn da schon sowas ist. Und wenn man schon vorbeifährt. Dann kann man das auch mal eben schnell mitnehmen. Man weiß ja nie, was da so liegen tut und tut. Nachher kann man das noch gebrauchen. Ne. Geht ja nicht. Was sollen die Leute von einem denken. Kann man auch noch hoch. Sollen wir wahrscheinlich auch. So. Erstmal hier einsammeln. Und dann können wir mal gucken, was oben da drauf ist. Ein Megatrank. Gut. War halt nicht so lohnenswert, wie ich es mir gewünscht habe. Aber was soll's. So komm. Einmal hoch. Ähm. Einmal hoch. Einfach mal gucken. Wie da die Aussicht ist. Oder so. Ich weiß ja auch nicht. Diese Leiter nimmt auch niemals ein Ende, ne? Eine von den ganz langen Leitern im Spiel. Aber ich bin oben. Ich bin oben. War's das jetzt endlich? Schöne Aussicht. Okay. Sonst hab ich hier aber tatsächlich nix. Schade. Also hier tatsächlich in Anführungszeichen nur für die Aussicht. Aber ich denke, das hat sich durchaus gelohnt. Ob man hier so das ganze Land damit überblicken kann. Da unten sind wilde Tiere. Ja, ja. Können wir jetzt wieder runter. Und dann weiter Hauptquests entgegen. Muss ich auch mal Zeit nehmen. Einfach mal die Landschaft genießen. Finde ich. Ne? Wenn man schon die Möglichkeit hat, ne? Dann aber auch richtig. So. Okay. Zurück zum Auto. Tut das weh. Was denn? Das ist nicht normal. Ach so, ja. Die Kopfschmerzen, die er plötzlich gekriegt hat. Weil wegen... Ist so. Ach, Ruhe. Angriff von rechts müssen wir uns wahrscheinlich sowieso später nochmal drum kümmern. Durch irgendeine Jagdqueste oder sowas. So, automatisches Fahren fortsetzen. Bitte, danke. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. So. Dann schauen wir mal, ob wir diesen komischen Wasserfall finden. Unter dem ja irgendwie was sein soll. Zwischendurch haben wir gerade öffnet. Ich dachte, da hätte ich nochmal was verpassen. Da hätten wir nochmal einen Parkplatz. Sonst haben wir halt hier irgendwo einen Schatz. Den würde ich halt irgendwie mal holen, wenn wir irgendwie hier mal wieder in der Nähe sind. Ja, aber bestimmt irgendeine Jagdqueste, die mich hier hinführt und sowas. Hier oben haben wir irgendwo einen Jagdauftrag. Diverse 100.000 Mio und 350 Nebenquests, die wir erfüllen wollen und müssen. Wir haben so viel zu tun. Was wir dann letztes Mal alles an den Nebenquests angenommen haben. Ah ja. Jetzt fahren wir erstmal von A nach B. Hoffen, dass wir irgendwo zwischendurch eine Ortschaft entdecken oder sowas. Wo ich mich dann später mal hin teleportieren kann. Einfach um dann weniger Weg zu haben. Was ist denn das da hinten? Was müsste das hier sein, ne? Hm. Hm. Na, warten. Da kommen wir bestimmt auch nochmal hin. Irgendwann. So. Hat dieser Tunnel auch nochmal ein Ende? Tunnelende. Da, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Da. Schön, wie man hier erstmal so ein bisschen geblendet wird. Ein Fluss. Ein Fluss. Trotzdem macht mir das ja ein bisschen Gedanken. Da hinten da diese, diese großen Rauchschwaden, die da aufgekommen. Was ist das für ein Gebiet? Wahrscheinlich müssen wir da später auch nochmal hin. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich. So, will ich hier parken? Komm. Lasst uns bald mal eine Pause ein. Kann ich hier auch mal voll tanken. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Jo, beides klingt gut. So. Dann einmal tanken, bitte. Und das ist wieder voll. So. Der Tank ist wieder voll. Super. Was haben wir denn hier? Ein Shop. Okay, um mal meine Schokobus eben schnell nachmieten. Was haben wir da? Warte. Gartenlehrgänge. Im Malmalamwald. Malmalam. Ah ja. Alles von der Ernte bis zum Marktverkauf. Super. Ein Radio. Aus 100% leitender Kallekartoffeln. Extra scharfe Soße aus 10 feurigen Wurzeln. Äh, Gewürzen. Ach ja. Ja, ja. Guten Tag. Ähm, was haben wir denn hier? Überteuerte Gegenstände. Äh. Komm, wir kaufen. Kaufen wir das? Kriegen wir alles bestimmt auch so noch. Was sind Wertgegenstände? Mal weiß ja nie, ob man die irgendwie noch gebrauchen kann. Besten Dank. Ich weiß nicht, wofür. Final Fantasy 11 Hits. Final Fantasy 11 habe ich bisher nicht gespielt. Ein weiteres Gedöns. Oh Gott. Ich müsste mal was verkaufen. Irgendwas von Wert. Was haben wir denn, was wertvoll ist? Mal finale Elixier. Ja, super. Ähm. Der macht was? Schützt vor Gift. Ja, den will ich erstmal noch behalten. Ähm. Die Magie habe ich auch nur einen von. Ah. Ich brauche Geld. Ich brauche so viel Geld. Und noch mehr davon. Ne, wirklich. Beomotorn. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür. Wahrscheinlich für irgendeine Quest oder so. Goldstaub. Hm. Doch alles nicht so wirklich wertvoll. Warum laufe ich nochmal dem ganzen Zeug hinterher? Ich weiß auch nicht. Und das ist nur das Angelzeug. Ja, gut. Dann bin ich halt jetzt pleite. Ich habe mich pleite gekauft. Zufrieden? Ich brauche mir Jagdquest. Sorry, Jungs. Lass weiterfahren. Wir haben kein Geld mehr zum Übernachten. So. Automatisches Fahren. Dahin. Ja, bitte. Ich möchte dahin. Achso. Machen wir einfach nicht. Ist okay. Nein, ich will nicht tanken. Für Einstein. Genau. Manuelles Fahren. Gehen wir. Los geht's. So. Dann lasst doch mal schauen, wo wir da jetzt genau hindüsen. Wir müssen jetzt da irgendwie runterkommen. Da. Wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich da jetzt hin? So nicht. Ah, man sieht doch schon irgendwie eine Höhle hinter dem Wasserfall. Muss da halt nur hinkommen. Was ist das für eine Riesenschlange da? Da ist doch ein Weg. Warte mal. Aber bitte manuell fahren. So. Los geht's. Und dann bei Gelegenheit bitte wenden. Was? Ja, ist okay. Klar. Nur zu. Okay. Fotoshooting am Wasserfall. Ja. Muss ich aber auch erstmal hinkommen, ne? So. Mal hier bitte aussteigen. Danke. So. Das sieht doch gut aus, dass man jetzt hier irgendwie runtergehen kann. Und dann sich freuen kann. Hey, wir sind unten. Yay. Da würde mich jetzt natürlich halt sowas interessieren, wie zum Beispiel die Schlange. Kann man die töten? Also töten wahrscheinlich. Kann ich die derzeit töten? Das ist so eine andere Frage. Ne? Wegen Mangels. Skill und so. Mangels Level. Ich weiß ja auch nicht. Was haben wir denn da? Ein super Trank. Mhm. Wir sagen mal Schlange Hallo. Ist bestimmt die beste Idee, die ich heute hatte. Guten Tag. Oh, shit. Ja. Lassen wir es? Na, schon okay. Los geht's. 54er Schlange. Ich hasse dich. Eine 54er Schlange brauche ich jetzt nicht anhauen. Nicht mit Level K und 23, 24, was ich jetzt habe. Guten Tag. So. Jetzt gebe ich Vollgas. Na ja, das sagst du immer. Okay. Na komm. Mach hinne. Jetzt leg ich Luft. Wir übernehmen dich. Ja. Ja. Selber. Ja. Ja. Nein. Geht doch. Easy. Echtes Teamwork. Aua. Ich habe ein bisschen weh. So viel zu dem. Easy. Alter. Ja. 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 Dann machen wir hier einen Halt dran. Dankeschön. Oh. So. Immer fester drauf da. Ja. Aber klar, dass ich erstmal wieder was abkriege. So. Mach mal einen Sturm hier. Ah, dann muss ich hier mal was Vernünftiges machen. Weißt du da? Was ist eigentlich deren Schwäche? Äh, Eis. Habe ich jetzt gerade nicht angelegt. Gerda nicht. So. Geht doch. Genesse bitte. So. Auch hinüber. Wo noch die letzte. Easy. Er denkt immer ans Kochen. So. Hier haben wir ein bisschen Zeug. Und ich auch. Wie ein Flitzebogen.